Das tiefe Wissen Einstmals weilte der Erhabene in Savati, im Jetavana, in Anata Pindikas Mönchsheim. Da nun redete der Erhabene die Mönche an, die Persönlichkeit werde ich euch, ihr Mönche, zeigen, die Entstehung der Persönlichkeit, die Vernichtung der Persönlichkeit und den zur Vernichtung der Persönlichkeit führenden Weg. Da höret. Und was, ihr Mönche, ist Persönlichkeit? Die fünf Stücke des Ergreifens wären da zu nennen. Welche fünf? Das Stück des Ergreifens als Körperlichkeit. Das Stück des Ergreifens als Empfindung. Das Stück des Ergreifens als Wahrnehmung. Das Stück des Ergreifens als Unterscheidungen. Das Stück des Ergreifens als Bewusstsein. Das nennt man Persönlichkeit. Und was, ihr Mönche, ist Entstehung der Persönlichkeit? Eben dieser Durst, der mit Lustgier verbundene, der hier und da sich ergötzende, nämlich der Sinnlichkeitsdurst, der Werdensdurst, der Entwerdensdurst. Das, ihr Mönche, wird Entstehung der Persönlichkeit genannt. Und was, ihr Mönche, ist Vernichtung der Persönlichkeit? Eben dieses Durstes, Rest und spurlose Vernichtung, Entsagung, Verzicht, Freihung, Abweisung. Das, ihr Mönche, wird Vernichtung der Persönlichkeit genannt. Und was, ihr Mönche, ist der zur Vernichtung der Persönlichkeit führende Weg? Eben dieser edle, achtgliedrige Pfad, nämlich rechte Anschauung, rechter Entschluß, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Verinnerung, rechte Vertiefung. Das, ihr Mönche, wird der zur Vernichtung der Persönlichkeit führende Weg genannt. Das Körperliche, ihr Mönche, ist ein Brennen. Die Empfindung ist ein Brennen. Die Wahrnehmung ist ein Brennen. Die Unterscheidungen sind ein Brennen. Das Bewusstsein ist ein Brennen. Wenn, ihr Mönche, der wohlbelehrte Hörer des Edeln es so durchschaut, wird, wird er des Körperlichen überdrüssig, wird er der Empfindung überdrüssig, wird er der Wahrnehmung überdrüssig, wird er der Unterscheidungen überdrüssig, wird er des Bewusstseins überdrüssig. Überdrüssig wird er wunschlos, durch die Wunschlosigkeit wird er frei. Im Befreiten ist das Wissen vom Befreitsein. Vernichtet ist Geburt. Ausgelebt das Reinheitsleben, vollbracht die Aufgabe. Nichts weiteres nach diesem hier, so erkennt er.